dieses Geburtsrecht des Menschen zu nehmen, um sozusagen die Irre so zu sehen, wie sie ist, nämlich als Verblendung. Beziehungsweise auch die Idee der Erleuchtung durch dieses Feuer wegbrennen zu lassen. Das heißt, platt gesagt, wie Rinseil sagt, sei einfach hier, was willst du noch? Aber wir sind oft nicht hier, wir sind gespalten, wir gucken durch die Brille der Dualität. Was auch nicht schlecht ist im Alltag, aber wir werden im Rinseil sozusagen eingeladen von dieser Einsichtweise, von dieser extremen Sicht, das ist eine einseitige Sicht, die Dinge aus einer Brille zu sehen, dass wir nur getrennt sind. Wir werden eingeladen, in die Richtung der Erleuchtung zu laufen. Dass das natürlich auch wieder ein Hohngespinst ist, das können wir aber erst sehen, wenn wir in der Mitte ankommen. Du wirst getrieben in die Erleuchtung. Könnte man sagen, ja, wenn das jetzt auch nur ein Fake ist, dann laufe ich gar nicht erst los, komme gleich in der Mitte an. Ja, aber woher willst du wissen, wo die Mitte ist, wenn du die Extreme nicht kennst?